Hallo, heute möchte ich euch Aufnahmen zeigen, die ich gerade mache im Hotel Bergheimat in Mühlbach am Fluchtkönig. Ich bin da im Wellnessbereich im Moment gerade im wunderschönen Hallenbad und mache eine virtuelle Tour vom Wellnessbereich. In der Sauna war ich schon und jetzt ist das Hallenbad dran. Und ja, meine Kamera macht 58 verschiedene Aufnahmen und davon 7 Aufnahmen pro Foto. Das heißt, ich habe 406 Aufnahmen, die werden noch zusammengerechnet für ein wunderschönes Panoramafoto. Ja, mein Name ist Alois Endl, ich bin spezialisiert auf 360 Grad Panorama und virtuelle Touren. Danke sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liken und Daumen hoch und teilen. Vielen Dank. Ciao. 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 Ciao.